Wir sind hier an dem Berufsmessestand bei der Firma Guido Coffeur. Zu der Ausbildung benötigt man die Oberstufe. Die wichtigsten Fächer sind Mathematik. Deutsch ist auch sehr gut für die Kundenberatung. Und jeder, der Spaß am Umgang mit Kunden hat, soll doch hier an dem Stand besuchen kommen. Da würden wir uns freuen, das ganze Team. Ihr könnt euch auch auf der Internetseite www.guidor.ch bewerben.